Zwischen Tobias Pankow und Tessa Bergmayer herrscht weiterhin dicke Luft. Die beiden Reality-TV-Stars gerieten im Sommerhaus der Stars heftig aneinander. Tessa Bergmayer, bekannt aus Germany's Next Topmodel, setzt sich leidenschaftlich für Tierrechte ein. Tobias Pankow hingegen ist begeisterter Jäger, was Tessa stark missfällt. Während der Show bezeichnete Tessa ihn wiederholt als Mörder. Nun fordert Tobias eine hohe Geldsumme von Tessa wegen dieser Beleidigung. Im Interview mit Promiflash erklärt er, dass Tessa den Rechtsstreit hätte vermeiden können. Tessa hat seit September die Möglichkeit, eine Unterlassungserklärung abzugeben, sagt Tobias. Auch eine öffentliche Entschuldigung hätte er akzeptiert. Doch Tessa nutzte weder diese Chance noch das Wiedersehen in der Show, um sich zu entschuldigen. Tobias betont, dass Tessa nicht nur ihn persönlich beleidigt habe. Sie weite ihre Beleidigungen auf alle Jäger in Deutschland und deren Familien aus. Auch alle Menschen, die wild verzehren, unterstützen diesen Mord, erklärt er weiter. Er kritisiert Tessas radikales, spalterisches Verhalten, das sämtliche Grenzen überschreitet. Zudem findet er, dass sie mit ihrem Verhalten auch der veganen Gemeinschaft schade. Im Sommerhaus wurde Tessa von allen Paaren zum Rauswurf nominiert. Nach der Exit-Challenge kam es erneut zum Eklat zwischen den beiden. Trotz ihres Sieges griff Tessa Tobias erneut verbal an und nannte ihn wieder einen Mörder. Für Tobias war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. In erster Linie hat mich die radikale, extremistische Art dieser Person schockiert, sagte er zu Promiflash. Im Sommerhaus